Ey, die führen jetzt, was ist denn los? Ich hole sie trotzdem, ich hole sie trotzdem, obwohl ich weak bin, Alter. Ich hole sie einfach trotzdem. Und dich hole ich auch, du kleiner Pisser. Headglitch King. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Das nächste Black Ops 4 Video steht an. Und wie im Titel schon rauszulesen, Headglitch Killer soll heißen. Ich habe ein paar Gegner richtig geil aus dem Headglitch geholt. Ist auf jeden Fall sehenswert. Was ich jetzt gerade im Netz gelesen habe, dass im Laufe der Woche ein größerer Patch zum Download bereitsteht. Wann der genau kommt, steht noch nicht genau fest. Die Patch Notes sind auch noch nicht raus. Sobald die Patch Notes raus sind, werde ich darauf auf jeden Fall in einem der nächsten Videos eingehen, was da genau gepatcht wird. Das wird wahrscheinlich aber hauptsächlich den Blackout-Modus betreffen. Und was ich gehört habe, die Titan soll wohl voraussichtlich genervt werden, weil das wohl die stärkste Waffe im Spiel ist. Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Deswegen werde ich in den nächsten Tagen versuchen, dann noch ein paar geile Gameplays rauszuhauen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ein Daumen hoch. Viel Spaß beim Video. Ein Abo würde ich mich sehr überfreuen. Ein paar Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Heile dich! Achso, die können wir ja in den Stand haben. Gleich knallt's. Ich spüre's. Bist du direkt on point? Und es wird einfach nix. Ich liebe es, wenn's funktioniert. Nicht mit mir! Unter uns, oder? Doch nicht. Sag ich doch. Nicht mit mir. Aber mit Schaft spielt sich die Waffe gleich viel, viel geiler. Nein, du challengest mich nicht. Ach, das ist eine Verbündeten... Nein, ich hab's gesehen. Ich hab's noch gesehen, mir da stand. Ich hab's noch gesehen, mir da stand. Obwohl, wir bleiben hier. Hinter uns. Das war jetzt aber... Ich liebe dieses Spiel einfach nur... Naja, wenigstens... Schockt mich und ich reiß es trotzdem. Ach, man heilt sich damit gleich automatisch. Das ist natürlich auch top. Ernst. Wie steht's? 52, 63. Ach, das wird ne derbe Klatscher. Äh, macht der einen Krach hier. Ekelhaft. Ekelhaft. Willst du mich verarschen? Ja. Manchmal, manchmal nicht. Okay. Ich finde das zwar cool, dass sie das hier mit eingebaut haben bei Blackout. Aber, ich müsste es nicht haben. Ausweichen. Jetzt hat das Gerüst. Läuft. Oh, ist das geil. Ja, zu spät. Es reicht wie immer nicht. Also, wenn die jetzt hier nicht spawnen, dann weiß ich es auch nicht. Sag ich doch. Noch einer. Komm. Ich will schon mal dort durch der... Um der Ecke gucken. Noch einer ist nicht da. Okay. Feindliche Drohne über uns. Äh. Scheiße. Rückwärts laufen. Weg, 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 weg. Jawohl. Das war ein richtig geiles Ding. Scheiße. Headcatcher. Ich mach das mal. Kein Ding. Oh. Eine Kugel hat gefehlt. Jawohl. Bin ich jetzt wieder Headclitch King? Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh. Jawohl. Ey, die führen jetzt. Was ist denn los? Ja, ich hole sie trotzdem. Ich hole sie trotzdem, obwohl ich weak bin, Alter. Ich hole sie einfach trotzdem. Und dich hole ich auch, du kleiner Pisser. Head. Head. Glitch. King. Kletter mal ein bisschen schneller. Gleichstand. Oh, Gleichstand kann ich überhaupt nicht leiden. Wir verlieren den Kampf. Nein, wir verlieren. Weg. Ah, fuck. Hat nicht gereicht. Scheiße. Wir verkacken es jetzt doch. Ich kriege auch noch den letzten ab, ey. Fuck you, Alter. Ey, das war aber eine coole Runde, die hat richtig Bock gemacht. Ja. 188. 198. Vielen Dank.